Sagen Sie mal, Sie kennen doch auch Leute, die träumen und träumen und träumen und irgendwann ist es zu spät und dann sind sie ganz verbittert. Ich bin heute hier bei dem Christian und der Steffi. Die träumen nicht nur, die setzen ihre Träume in die Tat um. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein interessantes Projekt in Österreich. Bleiben Sie mal dran, Sie werden es nicht bereuen. Hallo und herzlich willkommen wieder bei neunischemgarten.de-blog und auf meinem YouTube-Kanal. Christian, seid ihr Aussteiger, Umsteiger oder Einsteiger? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind Umsteiger, die gerade dabei sind, einzusteigen, um irgendwann auszusteigen. Ich glaube, so kann man es ungefähr sagen. Also, ja, das ist ein guter Satz. Ihr habt also irgendwann, sagen wir mal salopp gesagt, die Nase voll gehabt von eurem vorherigen Leben, da wirst du gleich noch etwas zu sagen und habt euch dann dieses Domizil hier gekauft. Wir sind wo? Wir sind im Waldviertel in Niederösterreich in der Edermühle. Ist ziemlich groß, die ganze Geschichte hier, oder? Ungeplant, sehr groß, ja. Ungeplant. Mit Bachlauf und Fischteichen habe ich gesehen. Okay, also ich habe mir überlegt, wir machen aus dieser ganzen Geschichte zwei Videos. Einmal erzählst du mir, weil das ist eine interessante Geschichte, der Werdegang, wie du dazu kamst, oder wie ihr dazu kamst, auszusteigen, umzusteigen, einzusteigen. Und dann in einem zweiten Video erklärst du, wie die ganze Sache in zehn Jahren aussehen wird. Vielleicht ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Ah ja, wie immer laufen im Hintergrund dann Aufnahmen, die wir hier so gemacht haben, damit Ihnen nicht langweilig wird. Kurz mal was zu deinem Hintergrund. Du bist gelernter Schauspieler gewesen. Ja, also ich bin gelernter Schauspieler, habe das mit dem sechsten Lebensjahr begonnen, habe den Beruf auch geliebt, nur das Drumherum nicht so ganz. Also Partys, Bussi-Bussi-Gesellschaft in München und so war nicht ganz meins. Dann habe ich in einer Daily Soap mitgespielt, das hieß damals Marienhof. War eine ganz, ganz schöne, tolle Zeit. Hatte aber auch Zeit nebenbei, mich selbstständig zu machen und bin so zum Handeln mit Wahn aller Art quasi gekommen. Also verschiedene Geschäftsideen umsetzen, ein Computerspiel war dabei und ja, so ist das Ganze entstanden. Und die Steffi, die hoffentlich irgendwann im Hintergrund mal durchlaufen wird, schauen wir mal, ob der Ralf das schafft. Die hat zur Hotelfachfrau gelernt im Bayerischen Hof in München und hatte auch irgendwann so ein bisschen die Schnauze voll vom normalen Kreislauf. Wir seid aber Deutsche, ihr kommt aus München. Wir kommen aus München, ja. Man hört es nicht so raus. Ich habe keinen Dialekt wegen der Schauspielerei, Steffi nicht wegen Bayerischen Hof. Da kannst du nicht zur Bayerischen rin die ganze Zeit, das klingt nicht so gut an. Wie kam, war der Gedanke schon immer latent vorhanden irgendwann? Also nein, die ganze Schauspielerei und das Webdesign, das ist nicht mein Ding. Ich muss eigentlich raus, aber ich traue mich nicht. War das ein latenter Gedanke oder gab es irgendein Ereignis, was dazu geführt hat? Und ich habe die Schnauze voll, ich muss jetzt was anderes machen. Es gab ein sehr trauriges Ereignis bei mir. Also Steffi war schon immer ein bisschen Weltenbummlerin und hat keine Angst gehabt, ist mit 16 von zu Hause ausgezogen. Die war schon immer ganz mutig. Und bei mir gab es leider einen ganz traurigen Vorfall. Meine Mutter ist vor sechs Jahren plötzlich verstorben mit 54 von heute auf morgen. Also war nicht krank oder irgendwas eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Und dann überdenkst du mal dein ganzes Leben. Weil man sagt zwar immer so, man hat nur dieses eine Leben und man kennt ja die ganzen Sprüche, ihr wahrscheinlich auch von Facebook und was man halt immer so postet. Ja und auf einmal schlägt dir die Realität ins Gesicht und du sagst, du spürst das, dass du nur ein Leben hast. Und dann findet, wenn du den Schock erstmal verarbeitet hast, ein Umdenken statt. Und man stellt sich die Frage, was möchte ich denn in diesem einen Leben eigentlich tun? Ja gut, diesen Moment werden viele haben. Aber was war der Auslöser, das auch in die Tat umzusetzen? Ich meine, ihr müsst ja irgendwann mal eine Immobilienseite im Internet aufgeschlagen haben und habt nachgesehen. Ach so meinst du, ja. Der richtige Auslöser war dann ein Freund in der Mond in Sachsen-Anhalt. Hat dort ein ehemaliges Stasi-Gelände vor 30 Jahren gekauft. Aber damals für einen Apfel und ein Ei, sagt man glaube ich. Ich weiß nicht, für 50.000 Mark oder was. Mit einem Riesengrund. Und dann kommst du aus München da mal zu Besuch. Man ist zufällig zueinander gekommen. Und denkst dir erst, der Mann ist Multimillionär, der lebt da ganz anders. Und dann klatscht der dir eine Summe von 50.000 hin, wo du in München nicht mal eine Garage für bekommen hast zu der Zeit. Und sagst, man kann ja auch ganz anders leben. Weil es ist, also nichts gegen Wohnungen. Wir haben auch in Wohnungen gelebt und alles ganz schön. Aber wenn einen das so mit Natur und so weiter reizt und man sieht, Mensch, man kann sich als Normalsterblöcher sowas auch schaffen. Das war so der Umbruch. Die andere Welt mal zu sehen, dass es auch anders geht. Aber eine Erfahrung irgendeiner Art mit, zum Beispiel jetzt Tieren wie hier, hattest du nicht. Du hattest wahrscheinlich vorher keinen Huhn in der Hand. Also beim Marienhof musst du keine Hühner tragen. Nein, das stimmt. Da musste ich keine Hühner tragen. Ich hatte ein bisschen reingeschnuppert, weil meine Eltern in Österreich auch, in Sekirchen am Wallersee, das ist kurz hinter der Salzburger Grenze, immer Urlaub gemacht hatten. Und da hatten wir immer Kontakt zu Landwirten gehabt. Die hatten Milchkühe. Und von daher habe ich mich schon immer wohl gefühlt. Also Landgeruch, auch wenn geodelt wurde, wenn der Bauer, wenn der normale Städter das Fenster hochkurbelt, haben wir runtergekurbelt. Aber wir sind auf dem Land. Das war die einzige Erfahrung mit Landwirtschaft. Und ansonsten immer Haustiere gehabt schon. Und dann kam aber der Moment, wo ihr angefangen habt, in Immobilienseiten nachzusehen und habt euch dann umgeguckt. Genau. In ganz Österreich und in ganz Deutschland. War das eine gemeinsame Entscheidung oder hast du deine Frau da reinquatschen müssen? Quatschst du deine Frau in Sachen rein? Schaffst du das? Manchmal, ja. Wirklich. Schaut ihn euch an. Ne, ich musste Steffi zum Glück nicht reinquatschen. Steffi konnte sich nicht vorstellen, dass man auch für normalsterbliche Leute günstig Immobilien kaufen kann. Günstig in Anführungsstrichen. Aber in einem Rahmen, wo man sagt, das lässt sich abbilden. Steffi war in München gewohnt und dachte, wenn ich ein Haus will, muss ich Millionär sein. Punkt. Wie lange hat der Prozess gedauert? Von dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, nein, das Leben, was wir bisher geführt haben, das war nicht das. Bis jetzt. Ja, wie lange hat das gedauert? Neun Jahre. Vom ersten Gedanken, also von dem ersten Treffen damals bei diesem Spätzl, also Freund in Sachsen-Anhalt, bis heute zehn Jahre. Die Suche alleine, wo Steffi und ich gesagt haben, jetzt machen wir das, die Suche fünf Jahre. Also wenn ich mir das ansehe, auch wenn, wie du erzählt hast, das Ganze ziemlich baufällig war, das hast du nicht für ein Taschengeld bekommen. Du brauchst jetzt keine Zahlen zu nennen, aber das ist schon eine Sache, da muss ein normaler Mensch lange für sparen. Naja, die Zahl steht in dem Buch, was ich geschrieben habe, nur schauen, nicht kaufen. Die Internetseite und die ganzen Informationen, die sind wieder wie immer unten unter dem Video verlinkt. Also nicht geschenkt bekommen, aber sagen wir es so, in der Größenordnung, wenn du das im Raum München, da rede ich von 50 Kilometer Umkreis, wenn du so etwas in der Art dort haben wollen würdest, hättest du mit dem Zehnfache am Kaufpreis rechnen müssen. Das Zehnfache, was ich hier bezahlt habe. Habt ihr das vorher angespart? Du hast so viele Marienhof-Sendungen gemacht, dass du genug Geld hattest, um das zu bezahlen? Also reich waren wir jetzt nicht. Wir hatten aber den Vorteil, dass ich schon immer sparsam gelebt ist, übertrieben. Aber ich habe das Geld nie rausgehauen, habe die Schauspielerei, seit ich sechs war, gemacht. Meine Eltern waren so weitsichtig und nett und haben das Geld nicht mir gegeben, haben es aber auch nicht selber genommen, sondern haben es auf dem Konto getan. Man kann es dir vorstellen, dass da von sechs bis ich dann ausgezogen bin, sehr spät, mit 24 bin ich erst ausgezogen. Ja, kenne ich. Wieso, wie alt sind deine Jungs? Nein, nicht meine, ich rede von mir. Ach so, wann bist du ausgezogen? Ich weiß nicht, ich war aber zwischenzeitlich eine ganze Zeit lang weg, aber ich habe relativ lange zu Hause. Siehst du, ich war gemein, ich war immer da. Auf jeden Fall, bis 24, bis ich ausgezogen bin, ist da eine Summe zusammengekommen. Danach beim Marienhof auch nicht alles ausgegeben, was man verdient hat, sondern auch wieder auf die Seite. Und da hatte man einen Grundstock. Also wir sind aber leider nicht, also schuldenfrei sind wir nicht jetzt mit dem Projekt. Aber es ist abzusehen, dass ich irgendwann schuldenfrei bin. Ja, also wir haben uns, wir haben immer als Auflage gehabt, wenn wir irgendwo Schulden aufnehmen. Wir hatten noch das Glück, das darf ich auch nicht verschweigen, wir hatten zwischenzeitlich auf dieser ganz langen Suche eine Eigentumswohnung. Da hatten wir Glück, die hatten wir günstig gekauft und konnten die mit Gewinn wieder verkaufen. Da kam auch nochmal was dazu. Und jetzt haben wir Schulden in einem ganz normalen Bereich. Also da sind wir monatlich unter der Summe, die wir für eine Mietwohnung bezahlen würden. Das ist aber jetzt kein Ausstieg quasi, dass ihr jetzt auf eurer Insel hier lebt, sondern das soll irgendwann schon mal zum Lebensunterhalt beitragen. Die ganze Sache ist umfangreicher geplant. Nicht nur einfach für euch zwei hier so ein Gelände. Ihr habt 18.000 Quadratmeter Land dazu. Es existieren schon Pläne, wie es weitergeht. Wie du so schön gesagt hast, da hat mich meine Frau reingequatscht. Okay, dann seid ihr also irgendwann mit eurem Auto hier vorgefahren und habt dann diese abbruchreife Ruine gesehen und habt gesagt, super, das ist genau das, was wir gesucht haben. Ich habe zwar keine Ahnung von Wasserleitungen, ich kann auch keinen Stein mauern, aber das ist das, was ich gebraucht habe. Das Problem ist, wir haben das gesehen und haben es vor unserem inneren Auge fertig gesehen. Ich habe das nicht so gesehen in dem Zustand, wie es eigentlich war, glaube ich. Also ich bin träumend da durchgegangen und Steffi auch. Wir waren nicht ganz naiv, wir haben entsprechende Gewerke, also Handwerkerfirmen da gehabt, wo ich habe prüfen lassen, was muss gemacht werden. Nur im Endeffekt bei so einer Vollsanierung, die du im Endeffekt hast, die Leute können auch nicht hinter die Wände schauen. Du kannst das ungefähr kalkulieren, planst auch einen Puffer mit ein und trotzdem geht noch was schief. Und es ist eine Menge schief gegangen? Ja. Zum Beispiel? Das Schlimmste war Heizungsanlage, der falsche Installateur war vor Gericht. Nie vor Gericht ziehen. Was hat der euch eingebaut, was du nicht wolltest? Das musste alles wieder raus, bringen wir es auf den Punkt. Ein Sachverständiger vom Gericht war da, das musste alles komplett rückgebaut werden. Und ist trotzdem noch vor Gericht gelandet und sowas kostet Zeit, Geld, Nerven, Bausachen kannst du nicht versichern. Also keine Versicherung sagt dir, ich versichere dich gegen Baugeschichten, weil das dir so oft vorkommt. Und das war der größte Reinfall. Und der größte Schock war, trotz Prüfung, dass wir das komplette Dach neu machen mussten. Nicht neu eindecken, sondern abdecken, Dachstuhl abtragen, neuer Dachstuhl drauf, neu eindecken. Also man sieht vielleicht, wunderschönes neues Dach, jetzt schaut es toll aus. Ja. Dann macht es so einen kleinen Tick. Früher ist man durch die Gegend gefahren und gesagt, oh guck mal, ihr habt ein tolles Auto, heute fahren wir durch die Gegend und sagen, oh die haben auch ein schönes Dach. Du machst nicht den Eindruck, als wärst du handwerklich besonders begabt. Also du musstest alles letztendlich machen lassen. Sprachlos. Okay, wie viele Dachpfannen hast du da oben drauf gelegt? 10, 15 Prozent bei den Dachpfannen war ich mit dabei. Oh. Höhenangst überwunden mit dabei. Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Ich habe Mauern verputzen, bin ich jetzt kein Weltmeister. Ja, also das haben wir machen lassen oder Fliesen legen. Kann man sich selber reinwurschteln, haben wir eine Firma beauftragt. Aber die Sachen, also erstmal muss das Ganze entrümpelt werden. Entrümpeln ist nicht mal eben aufräumen. Also wir haben allein 15 Container. Ich weiß nicht, ob die Leute daheim sich das vorstellen können. Große Bau-Container, nicht die kleinen grünen, die großen orangen. 15 Bau-Container Schrott raus. Damit meine ich nicht schöne Stühle, die man hätte restaurieren können, sondern Müll. Müll. Gammel. Müll. Hat er acht Jahre oder sieben Jahre leer gestanden, ungeheizt. Sieben Jahre ungeheizt und nicht betreut. Also es war Chaos pur. Das war das Erste. Dann das Haus erstmal befreien. Wir können dir vielleicht noch, kannst du den Zuschauern Bilder einspielen, wie das vorher aussah. Das Haus außen befreien, damit es von mir ein bisschen Luft bekommt. Dann drinnen die Sachen rausreißen, Böden rausreißen, Sachen, die verschimmelt waren. Komplett, im komplett ganzen Haus die Wände abschlagen. Damit der Schimmel da weggeht. Und war eine riesen Schweinearbeit. Habt ihr irgendwann mal den Moment gehabt, wo du gesagt hast, tut mir leid, Fehlentscheidung, wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es auf der Stelle tun? Einmal. Also wir hatten Glück, das sind Steffi und ich. Und das hat immer so gependelt. Wenn ich gesagt habe, was machen wir hier eigentlich, hat sie gesagt, komm, komm, wir machen mit. Und wenn sie gesagt hat, oh Gott, was machen wir eigentlich, habe ich gesagt, komm, komm, wir schaffen das. Also wir haben uns immer gegenseitig da so durchgetragen. Und irgendwann kommt der Punkt, da musst du weitermachen. Sonst bist du ruiniert. Also da musst du weitermachen. Und jetzt im Nachhinein, wir sind unendlich froh drum, dass wir es gemacht haben. Also die Entscheidung, die Träume in die Tat umzusetzen, war eine richtige Entscheidung. Definitiv, 100 Prozent. Also keine Sekunde würde ich es anders machen. Ich würde es nur nicht nochmal machen wollen, die Sanierung. Aber so würde ich mich immer wieder dafür entscheiden, ja. Was glaubst du, warum sind doch relativ wenige Leute, die den Mumm haben, die Sache in die Hand zu nehmen? Warum träumen viele Leute? Warum gucken die Leute sich meinen Kanal an und träumen vom Landleben und wohnen im vierten Stock in einer Hochhaussiedlung? Warum packen so wenig Leute ihren Mut zusammen und legen los? Ralf stellt gute Fragen. Du stellst wirklich gute Fragen. Ja, ich kann mir zwei Sachen, zwei Sachen kann ich mir vorstellen, Ralf. Das erste sind gesellschaftliche Zwänge. Also bei uns haben die Leute und das Umfeld auch nicht gesagt, oh, ihr zieht aufs Land, saniert eine Mühle, gut gemacht, clevere Leute. Sondern das packt ihr nicht, das wird nichts, seid doch nicht so verrückt, macht doch lieber das. Ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht. Also gesellschaftliche Zwänge, dass andere Leute so einen Einfluss auf einen haben, im Großen und Ganzen, dass man sich nicht traut, seinem eigenen Instinkt Traum zu folgen. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, auch viele Mythen, die das Landleben umgeben, die gar nicht so schlimm sind. Und Ralf hat gefragt, als wir hier ankommen, ob wir Strom haben. Das war ein Scherz, weil das Navi mich hinten durch die Pampa über Feldwege geleitet hat. Ich habe gedacht, ich lande hier irgendwo im Bach. Ja, aber als ich gesagt habe, wir haben Glasfaseranschluss, hast du nichts mehr gesagt. Nee, war ich echt erstaunt. Nee, also ich glaube eben Mythen auch, dass du keine Jobs hier findest und dass das nicht geht, dass Leute sich das vielleicht auch nie richtig durchrechnen. Ja, also natürlich gibt es vielleicht auch Leute, die können tatsächlich nicht weg, weil ihr Job so spezialisiert ist, dass sie nur in der Stadt arbeiten können und keine Lust drauf haben, einen anderen Job zu machen, wo sie vielleicht weniger verdienen. Aber also, wie gesagt, die Mischung aus den drei Sachen. Also ich möchte nicht absprechen, dass es auch Leute gibt, denen das nicht möglich steht, weil es hat nicht jeder, ein kleines Grundkapital brauchst du. Also ich halte es für, und da mache ich jetzt, darf man mich bitte daheim nicht falsch verstehen, Träume zerstören oder so, aber ich halte es für mehr als gewagt und illusorisch ohne jeglichen Grundstock und einen Plan einfach zu sagen, mache ich jetzt. Das kann man auch machen, kann man, es gibt Tiny Houses, Wohnwagen, es gibt andere, andere Modelle, ja. Ja, es gibt Leute, die gehen bei Supermärkten, Containern, aber das ist nicht, das ist keine Alternative, das ist letztendlich. Muss jeder für sich entscheiden, wenn er damit glücklich ist, aber wenn man jetzt davon träumt, ein kleines Häuschen mit einem Garten und so weiter zu haben oder einen kleinen Hof oder wie auch immer, ein bisschen Grundstock. Du kennst das, alles kostet leider irgendwie Geld, das fängt von einem Zaun für die Schweine an bis zum Schwein hin selber, bis du irgendwelche Futterkooperationen organisiert hast, musst du ein Futter kaufen. Beim Haus sind immer Sachen, also so mit ganz null, weil die Welt so schön ist, wäre ich zumindest nicht der Typ für. Also ich mag nicht in Abrede stellen, dass das vielleicht auch irgendwie funktioniert, aber kann ich nicht nachvollziehen, wie. Christian, ich habe dich eben gefragt, wie lange dieser Entscheidungsprozess gedauert hat. Jetzt frage ich von dem Moment, wo der Kauf besiegelt war, wie lange hat das gebraucht, bis das ihr jetzt hier in einem bewohnbaren Gebäude wohnt? Der Plan war, nach einem Jahr fertig zu sein. Wir waren nach zwei Jahren fertig und sind nach einem Jahr auf die Baustelle gezogen. Vermisst du irgendwas aus der Stadt? Vermisst du deinen Sushi am Abend oder dein Opernkonzert? Das ist der Mythos. Hier in nirgendwo 20 Minuten von hier kannst du Sushi essen gehen. Oh, okay. Also sonst würde ich Sushi vermissen. Tatsächlich, ich mag Sushi, ich stehe dazu. Vermiss ich irgendwas? Nee, nee. Mir fällt nichts ein, salopp. Gehörst du auch zu den glücklichen Menschen, dass du dein Leben leben kannst, wenn du wolltest, ohne jene Ampel zu sehen? So wie ich? Hast du auch einen Supermarkt, wo du hinkommst, ohne Ampel? Ich habe hier im Umkreis von 20 Kilometern keine einzige Ampel. Nicht mal einen Kreisverkehr haben wir. Ich kriege die Krise, wenn ich meinen Papa in München besuche und brauche für eine Strecke, wo ich hier auf dem ländlichen zwei Minuten brauchen würde, brauche ich eine Viertelstunde, weil vier Ampeln sind. Und egal wie schnell, zu schnell oder zu langsam ich fahre oder genau die Geschwindigkeit habe, ich stehe an jeder dieser Ampeln, weil die so getaktet sind, dass eine Ampel ist schrecklich. Ja, wem sagst du das? Gib den Leuten, die da draußen sind und träumen, gib ihnen einen Grund, die Träume in die Tat umzusetzen. Aus deiner Erfahrung heraus. Ich meine, du hast das Ganze jetzt in ein bisschen Größe aufgezogen als ich. Du bist auch ein paar Jährchen jünger, wenn ich jünger gewesen wäre mit dieser, wie wir angefangen haben. Und ihr habt ja auch keine Kinder. Lass mal aber beiseite. Gib den Leuten, die träumen, einen Grund loszulegen. Du hast nur ein Leben und stell dir vor, du hättest nur noch ein Jahr zu leben. Was würdest du tun? Du hättest noch ein Jahr. Also das typische Ding mit dem Apfelbäumchen, weil ich heute noch pflanzen würde, wenn ich morgen... Ja, man hat ja sonst immer das Beispiel, wenn du noch drei Monate zu leben hättest. Das ist zu kurz, weil bei drei Monaten würde keiner mehr sagen, ich muss irgendein Geld verdienen. Aber wenn du noch ein, zwei Jahre zu leben hättest, du musst trotzdem von irgendwas leben. Das heißt, du hast den Gedanken schon, wie kann ich denn Geld verdienen, aber ich mache bestimmt nicht mehr das, wo andere sagen, das ist das Richtige für mich. Also einfach irgendwie versuchen, wirklich zu realisieren und damit meine ich nicht einen Facebook-Post mit einem schönen Spruch zu realisieren und zu verinnerlichen, dass es nur dieses eine Leben ist. Und danach ist es das. Jetzt kann man noch gläubig sein, man kommt in den Himmel. Aber hier auf dieser Erde, so in dieser Form, eine einzige Chance, eine. Du hast erzählt, ihr wart seit Jahren nicht mehr in Urlaub. Du vermisst maßlos die Mallorca, meine Lieblings... Tierisch, Ballermann, wo du auch immer bist. Klar, nee, also Urlaub ist schön, aber wenn man sein Leben so lebt, wie man möchte, hat man gar nicht mehr den Drang und die Notwendigkeit, weil der Körper ja gar nicht mehr so diese Art von Erholung braucht. Also ich sehe, wir sind irgendwo seelenverwandt. Ich befürchte es. Du befürchtest es. Okay, ja, in diesem Sinne, weißt du, was hier an dieser ganzen Geschichte... Ihr habt einen großen Fehler gemacht. Oh Gott, welchen? Wenn ich hier sitze, ich sehe rundherum keine Dolomiten, nicht mal einen einzigen Fels. Also wenn schon, da hätte ich mir doch was ausgesucht, mit Blick auf die Berge. Jetzt wird er penibel. Ja, nee. Jetzt wirst du penibel. Aber nur gut, in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen animiert, das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen, Träume wahrzumachen. Jeder nach seinen Vorstellungen, aber überhaupt irgendetwas zu tun, das hoffe ich, haben wir mit diesem Video erreicht. Und wenn dem so ist, abonnieren, Like-Button drücken. Wie gesagt, die Internetseite von der Edermühle hier unten in der Videobeschreibung besuchen. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links, dann habe ich vielleicht mal die Chance, doch mal auf so einem, wie heißt das, Zen oder Almhof irgendwo in den Bergen mit Blick auf den Watzmann zu besuchen. Also, in diesem Sinne, wir wünschen Ihnen, dass Träume wahr werden. Was hältst du davon? Genau so ist das. Sag Tschüss. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.